ich habe festgestellt dass meine videos meistens mit einem so anfangen das ist glaube ich etwas ungeschickt von daher herzlich willkommen heute wollte ich mir das heroische kattenchaos von hardstone anschauen habe jetzt tatsächlich auch die 1000 rolls zusammen bekommen verstanden es endet in zwölf stunden ich gebe die jetzt aus abgeschlossen ich muss mir ein deck erstellen da ich gewinnen möchte werde ich wohl mit einem midrange schamanen spielen standards für den midrange schamanen reinpacken so gucken dass ich nichts vergesse 26 das bräuchte noch den blauen noch das waren drei oder agentum leiter den brauche ich und was wird jetzt noch ich weiß was noch fehlt ihn hier und los geht's dann gucken wir ob das funktioniert und wie viel wir gewinnen können ich glaube ab sieben spiele lohnt sich das mit den 1000 gold sieben gewonnene spiele habe drei verlorene spiele fliege ich raus gegen valera eure zeit ist gekommen den brauche ich noch nicht ich brauche einen tunnel truck so nicht so 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 Waffe zerstellen kann ich nicht. 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 Das ist nicht gut. Und ich habe kein Frosch auf der Hand. Ich frage mich ab. Waffe zerstellen kann ich nicht. Ich frage mich ab. 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 Braucht ihr etwas Ausgefallenes? Ich könnte den spielen, dann kann ich eins Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Hörner zu spüren Ich habe die besten Angebote weit und breit Ich bin die dunkelste Nacht Pult Ich muss ja erst da wegkriegen. Das war doch nicht so schlecht, wir sehen ob ich da jetzt drauf kontern kann. Auf zum Tanzen! Das war doch nicht so schlecht. Die Erdbeeren! Erdbeeren Sie, Standby! Das war's! Oh! Winde! Gehach! Keine Befehl! Wir doßen es nach Wache! Okay, mein 10 zu 12 und ich habe meinen Ragnaros noch auf der Hand. Ich hoffe, dass es nicht das ist. Jetzt ist er weg. Ich frage mich. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Ich habe mich auch nicht in der ersten Pflege geholfen. Ich habe mich in der ersten Pflege geholfen. Ich war das nicht in der ersten Pflege. Du hast hingekommen und zurückgefahren. Ich habe dich sicher. Aber ich muss sagen, es ist schon etwas anspruchsvoller. Vielen Dank! Wir müssen uns weiter entscheiden. Was soll doch für den Halt? Reizt mich nicht. Wir kommen schon an. Reizt mich nicht. Autsch. Gut, er hat jetzt schon mal gewonnen, aber das war arg knapp. So, dann gucken wir mal, ob das nächste Spiel etwas einfacher wird. Wahrscheinlich ein Mirror Match. Eure Zeit ist gekommen. Ziehe ich jetzt einen Dock? Eine Waffe? Oder Alakir? Ja. Wie schön. Das Ende naht! Das Ende naht! Das Ende naht! So, schön! Alles, was ich jetzt spiele, bleibt liegen oder wie? Und ich hab dir schon sieben Schaden gemacht. Alles, was ist, was ich . Alles, was? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann nicht... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Keine Sorge, Alex. Die Kavallerie ist da. So. So. In der nächsten Runde kann ich eine 4 spielen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, was denn? Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Schaden. Au. Und nochmal 7 Schaden. Ja. Einer verloren. Dann das nächste. Das war's für heute. Jetzt kriege ich wahrscheinlich die Waffe auf der Hand. Nein, ich hab zwei Blitzschläge. Ich hab zwei Blitzschläge gefragt. Mach mal. Ja. Ich hab drei Blitzschläge gemacht. Ich hab zwei Blitzschläge gemacht. Ich hab drei Blitzschläge gemacht. Schade und schade. Ja, die war's für heute. Ja, die sind das für heute. Das war's für heute. Eines Tages werde ich so mächtig sein, wie ihr! Und dann was so? Was soll ich nur tun? Ein Heimesspielen. Faust! Damit kann ich ja mal leben. Von einem Siebten muss ich mich in Acht nehmen, dann kann er allen vier Schwaben machen. Ich habe genau das, was ihr braucht. Der kostet 5, er dürfte jetzt keiner mehr haben. Wir dußen es nach Rache. Genau. Your anesthesiespielen. ga mentale off zum Tanz. Elemente, zeig mir den Weg. Das war's. Schnapp. Ich hätte mir was zu denken mitnehmen sollen. Und wieder ein Mirror Match. Eure Zeit ist gekommen für die Frostwölfe. Nicht gut. Das war's. Das war's. Heiltroten kann er keins spielen. Kann eine Waffe spielen. Ein Blitzschlag. Druck. Ich sage mich ab. Ich werfe noch nicht mal an. Den sind wenigstens weg. Jetzt bin ich gespannt. Ich frage mich ab. Wenn du mein Sturmzorn totem nicht wegbekommst und ich sowohl mein Thalnos als auch das Portal spielen kann. Das bleibt nicht viel Zeit. Ich werde aber trotzdem. Wir dürfen uns nach Hause. Ich kann entweder den. Dann hat der zwei Angriff. den Pod. Was ist das? Dauere Mai. rocks. Jetzt habe ich da schon die Bordcontroller wieder. Ja? Auf dich? Nächste Runde müsste ich sieben Mana haben, dann kann ich den spielen. Mal gucken. Was tun? Was tun? Ja. Das war's. Oh, das ist wieder so. Ich frage mich ab. Ich frage mich, ob es hier gleich mal weiter geht. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich frage mich ab. 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 Was tun, was tun? Wie Bekannten habe ich denn noch? 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 20 20 19 24 23 25 27 25 25 25 Was tun, was tun? Geht auf Nummer 6, ja. Es bleibt nicht viel Zeit. Geht auf, Darlene. 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 Wie der Storm hat er schon zwei gespielt. Aber in Mildstorm fragt er keiner noch an. Das war's. Das ist ein zweiter Verlore-Spiel. So. Wartezeit? Eine Minute? Okay. Dann gucken wir uns mal. Das sieht wirklich mal ein bisschen besser aus. So. 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 Hey, hey. Wollt ihr eine Rate am Stiel kaufen? Oh. 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 Und wo ist Rennedeck gespielt? So viele wundervolle Gifte! Schott! Elemente zeigen mir mehr! Und wo ist Rennedeck gespielt? Und wo ist Rennedeck gespielt? Und wo ist Rennedeck gespielt? Rennedeck gespielt! Und wo ist Rennedeck gespielt? 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 Ich müsste jetzt irgendwie zwei Frösche ziehen Und wo ist Rennedeck gespielt? Und wo ist Rennedeck gespielt? Und wo ist Rennedeck gespielt? Tai ein Dissert. Voor Rivera! Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Dann machen wir die Packung noch auf, inklusive denen, die ich vorher schon hatte. Das war irgendwie, weil ich auf den richtigen, bei der Weltmeisterschaft getippt habe. Äh, bei dem zweiten. Zählen. Golden und gewöhnlich. Zählen. 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 Das war kein guter Tag. Nein. Leider kein guter Hardstone-Tag.